Ja, liebe Frau Dr. Schwetzer, lieber Michael Theurer, lieber Kollege Professor Neumann, liebe Landtagskolleginnen Juli Kassand und Frau Dr. Annette Bouffant, lieber Ehrenvorsitzender der FDP Oberbayern, Wolf-Dietrich Grosser, vor allen Dingen sehr geehrte Stipendiatinnen und Stipendiaten, liebe Freundinnen und Freunde der Freiheit. Ich darf Sie persönlich, aber auch im Namen der Bayerischen Staatsregierung ganz herzlich hier in München begrüßen und Ihnen natürlich zu diesem fulminanten Jubiläum ganz herzlich gratulieren. Ich habe, liebe Liane, das gerne gehört, dass du auch so gute Erinnerungen an den Bundesparteitag 1980 in München hast. Bin dann auch ganz gespannt, die Fotos, auf denen man uns natürlich auf Anhieb erkennen wird, nachher zu sehen. Aber das Interessante ist tatsächlich, das vorneweg, weil du das so schön angesprochen hast, es ist ja ein historisch einmaliger Vorgang, dass eine Jugendorganisation entstanden ist, von unten nach oben einer politischen Partei sozusagen, wenn man so will, gegen das Establishment. Und ich finde, das macht die Julis bis heute einzigartig. Und ich bin sehr froh und stolz an dieser Entwicklung damals mit vielen anderen mitgewirkt zu haben, auch wenn ich heute als Mandatsträger und als Minister nicht immer mich mit den konkreten Vorschlägen und Forderungen der Julis im Einklang befinde. Aber das macht ja die Dinge so fruchtbar und das zeichnet ja auch die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit aus, dass sie genau auch, Frau Dr. Schwetzer hat es ja gesagt, dieses eigenständige Denken, dieses Querdenken fördert, also die Freigeister, die wir hier gesehen haben. Und insofern, glaube ich, ist es eine wichtige Arbeit, die hier geleistet wird. Ich will, meine Damen und Herren, zu meinem Thema, was mir gestellt worden ist, zunächst grundsätzlich eines klarstellen. Ich glaube, wir müssen immer wieder uns darauf besinnen, Bildung ist weit mehr als Wissen. Und ich sage das ganz bewusst angesichts einer Entwicklung, die ja eine Flut von Tests, Studien mit sich gebracht hat, die auch immer noch und immer wieder sehr stark sich orientiert, auch an messbaren Bildungsleistungen, auch einer Notenorientierung. Ich glaube, wenn wir in der Bildungsdiskussion auch und dem Befund der heutigen Bildungslandschaft eines eben immer wieder feststellen müssen, ist, dass die Themen, die man heute unter den Begriffen soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz anspricht und zusammenfasst, mindestens genauso zur Bildung im umfassenden Sinne gehören wie Wissen. Und deswegen stellt gute Bildung eben den ganzen Menschen in den Mittelpunkt. Und diese Erkenntnis finden wir nicht erst heute, sondern wir finden sie bei Humboldt und Kant, bei Goethe und Pestalozzi. Und es ist letztlich der Blick auf das Individuum, der heute auch unser Ausgangspunkt sein muss. Bildung ist Zweck und Mittel der Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen muss sie individuellen Stärken und Schwächen Rechnung tragen. Die Menschen sind verschieden, hat die bayerische FDP als einen der ersten Grundsätze niedergelegt in der Grundsatzprogramm von 1977. Und das muss sich in der Bildungspolitik abbilden. Deswegen brauchen und wollen wir weder die Einheitsschule noch den Einheitsschüler oder die Einheitsbildung. Die Bildung und die Antworten, die wir geben auf die Bedürfnisse und den Weg junger Menschen, muss ebenso vielfältig sein wie die jungen Menschen selbst. Und das ist, glaube ich, ein Urprinzip einer freiheitlichen, einer liberalen Bildungspolitik. Und deswegen bekenne ich mich ausdrücklich zur Vielfalt im Schulsystem. Diese ideologischen, altbackenen Debatten mit Zweigliedrigkeit oder Dreigliedrigkeit haben ihre ideologischen Verfechter längst überholt. Wir müssen über die Vielgliedrigkeit und die Flexibilität von Bildungssystemen sprechen. Dazu gehört das Gymnasium ebenso wie die Realschule, die Mittelschule, wie wir sie fortentwickelt haben hier in Bayern unter liberaler Verantwortung, die BOSS und VOSS. Also die Philosophie, egal wann ein junger Mensch einsteigt und egal wo, es müssen ihm eben alle Wege offen stehen. Und deswegen hat Bildung natürlich nicht nur eine individuelle, sondern zugleich eine zutiefst gesellschaftliche Dimension. Bildung bedeutet Orientierung und Urteilskraft. Sie gibt uns den inneren Kompass, sie befähigt uns zu freien Entscheidungen, zu freien Lebensentscheidungen, die man natürlich selbst trifft und nicht die anderen an unserer Stelle treffen. Sie befähigt uns zwischen wichtig und unwichtig, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Bildung hilft die Welt und sich selbst darin kennenzulernen. Und aus dem Wissen um das eigene kann dann eben auch der Respekt, die Neugier, die Zugewandtheit für das Fremde entstehen, nämlich die Weltoffenheit, die unser Land so dringend braucht. Und wenn ich das als Wirtschaftsminister auch noch hinzufüge, die Willkommenskultur, die unser Land braucht. Und zwar wahrscheinlich keines so sehr wie die Bundesrepublik Deutschland und als wirtschaftliches, starkes Land auch keines so sehr wie der Freistaat Bayern. Erst wenn Wissen und Wertebewusstsein zusammenkommen, erst dann ist der Mensch fähig, verantwortungsbewusst zu handeln. Und wer Freiheit will, muss Verantwortung übernehmen. Ausbildung zur Bildung zu erweitern, die Stipendiaten zur Verantwortung für den eigenen Lebensweg und das Gemeinwohl zu befähigen und zu ermutigen, das ist das besonders Wertvolle einer Förderung durch die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freien. Und gerade bei den Hochbegabten mit einem Stipendium anzusetzen, entspricht im Übrigen einem Postulat des großen Philosophen John Rawls, Ungleichheiten seien so zu gestalten, dass sie jedermanns Vorteil dienen. Eine besonders intensive Bildungsförderung gerade der Begabten ist gerecht, weil so das Handeln der Elite zu einem Mehrwert für die ganze Gesellschaft führt. Unsere freiheitliche Gesellschaft, genauso wie unsere Wirtschaftsordnung, leben eben davon, dass mündige Bürger Verantwortung für sich, und das Gemeinwohl übernehmen. Das ist ja übrigens auch das Missverständnis, dass der Gedanke, auch gerade das Liberalismus, sich nur damit beschäftigen würde, wie jemand seine Freiheit extensiv ausleben könnte, sondern es ist immer die zwei Seiten einer Medaille Freiheit und Verantwortung oder auch Freiheit zur Verantwortung, das diente diesem Gedankengut dahintersteckt. Und deswegen, eine Diktatur kann sich ungebildete Menschen leisten, ja, sie wünscht sich diese sogar. Eine Demokratie dagegen braucht wache und interessierte Bürger, die Fragen stellen, Ideen entwickeln und in eigener Verantwortung dann ihren Weg gehen. Wo die Staatsgewalt vom Volk ausgeht, ist entscheidend, in welcher geistigen Verfassung sich das Volk befindet. Und deswegen ist Bildung kein bloßes Vehikel der Sozialpolitik, der Wirtschaftspolitik, obwohl sie oft Voraussetzung für individuellen Aufstieg ist, wie wir wissen. Bildung ist sicher mehr auch als ein weiteres Handlungsfeld der Wirtschaftspolitik. Aber natürlich muss gute Bildungspolitik auch die Wirtschaft im Blick haben. Denn es sind die Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, für Wohlstand und Wachstum sorgen. Es können sie nur, wenn sie florieren. Und wie beim Gärtnern gilt auch in der Wirtschaft, für das gute Gedeihen einer Pflanze oder eines Unternehmens braucht man beste Wachstumsmöglichkeiten. Und als rohstoffarmes Land kann Deutschland, kann Bayern im Standortwettbewerb nur mit anderen Stärken wie hervorragender Infrastruktur und innerer Stabilität punkten. Hinzu kommt, ein Exportland wie das unsere kann und will auf den Weltmärkten nicht über den Preis unserer Autos und Maschinen und damit die Höhe unserer Löhne konkurrieren. Und deswegen müssen wir Innovationsführer werden und bleiben und potenzielle Kunden mit der Qualität unserer Produkte und neuen innovativen Angeboten überzeugen. Und das geht eben nur, wenn wir auf allen Ebenen bestens qualifiziert sind, der Facharbeiter, der Ingenieur, der Designer, genauso wie der Finanzvorstand, der Freiberufler, genauso wie der Arbeitnehmer oder der Beamte. Denn Innovationen fallen nicht vom Himmel und sie lassen sich nicht staatlich verordnen. Innovationen entstehen in den Köpfen der Menschen. Voraussetzung dafür ist ein Bildungssystem, das ihren Ideenreichtum und ihre Erfindungskraft beflügt. Wir brauchen Innovationen und Fortschritt, um die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen zu können. Das gilt für den Klimawandel, die Energiewende, die Überalterung unserer Gesellschaft oder Ressourcenknappheit, ebenso wie für vieles andere, wie eben gerade auch zum Beispiel das Thema der Demografie in den Regionen, der unterschiedlichen regionalen Entwicklung, gerade auch in einem Flächenstaat wie Bayern. Innovationen entstehen, wenn wir unsere Bildungschancen nutzen, wenn wir von unserer Freiheit, auch unserer Freiheit des Denkens, Gebrauch machen. Daraus ergibt sich Wachstum und Wohlstand und Wachstum ist also auch kein Fetisch der Wirtschaftspolitiker, sondern genutzte Chance, gelebte Freiheit. Und um die Chancennutzung, um die Kreativität der Menschen hier im Freistaat Bayern ist es außerordentlich gut bestellt. Die meisten Patentanmeldungen in Deutschland kommen aus dem Freistaat. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber eine nicht zu unterschätzende Ursache dürfte darin liegen, dass das bayerische Bildungssystem bei allen Vergleichen sehr gut abschneidet. Ich sage das unter den allgemeinen Vorbehalt, was ich zu diesen Studien vorhin gesagt habe, hinzu. Von Iglu bis Pisa, die Ergebnisse der bayerischen Schülerinnen und Schüler sind hervorragend. Und der Freistaat verfügt über erwiesenermaßen exzellente Universitäten. Und auch bei der beruflichen Bildung ist Bayern in Deutschland Spitzenreiter. Jeder dritte Euro, den die Länder in die berufliche Bildung investieren, kommt aus Bayern. Ich betone das, weil das ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht ist, was in der allgemeinen bildungspolitischen Debatte immer wieder zu kurz kommt. Wir haben zwei Säulen unseres Bildungssystems. Die berufliche Bildung und die akademische Bildung. Und beide sind gleichwertig und müssen auch gleichwertig unterstützt und ausgebaut werden. Denn wenn wir mal genau hinsehen, dann ist genau dieses duale System, und das uns die ganze Welt beneidet, einer der Gründe, warum wir in Deutschland wirtschaftlich so stark sind. Weil auch dort eben die Vielfalt der Begabungen, die Vielfalt der unterschiedlichen Wege zusammenkommen. Und deswegen war es uns hier ganz wichtig, dass wir in der Bayerischen Staatsregierung in den letzten fünf Jahren durchgesetzt haben. Dass diese Gleichwertigkeit kein Lippenbekenntnis ist, sondern dass Meister nunmehr erstmals Zugang zu den Hochschulen haben. Dass wir auch eine Spitzenposition beim MeisterBAföG einnehmen. Und dass wir jetzt in dem letzte Woche verabschiedeten Bildungsfinanzierungsgesetz mit dem Meisterbonus, das heißt, jeder, der eine Meisterprüfung erfolgreich ablegt, bekommt einen Meisterbonus von 1.000 Euro, dass wir damit auch noch mal ein Zeichen gesetzt haben an die jungen Menschen, dass wir nicht nur von Gleichwertigkeit reden, sondern auch Gleichwertigkeit möglich machen und uns ganz klar dazu bekennen. Und für mich heißt es, meine Damen und Herren, unser Bildungssystem ist schon sehr gut. Aber wir dürfen uns keinesfalls mit dem, was wir bisher erreicht haben, zufrieden geben. Und zwar vor allen Dingen auch wegen des globalen Wettbewerbs. Denn auch dort sind wir längst voll in einem Wettbewerb der Bildungssysteme. Und nur weil wir hier so erfolgreich sind, ist Deutschland und in Deutschland Bayern die Wachstumslokomotive. Wir sind auch Spitzenreiter beim Wirtschaftswachstum. Aber es ist kein statischer Prozess, sondern unser Bildungssystem muss weiter verbessert werden, wenn wir diese Position behaupten wollen. und umso wichtiger ist es für jeden Einzelnen gute Kontakte mit Wirtschaft und Wissenschaft auszubauen und zu pflegen. Und auch da wiederum ein Kompliment an die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Sie ist dabei eine großartige Hilfe und Plattform. Unsere Spitzenposition im Bildungsbereich beruht auf drei Säulen. Hervorragende Schulbildung, ausgezeichnete akademische Bildung und die duale berufliche Bildung. Und es ist schon bemerkenswert, dass der amerikanische Präsident Obama in seiner letzten State of the Union Message das deutsche Bildungssystem und zwar ausdrücklich auch die duale Berufsbildung als vorbildlich gewürdigt hat in einer ganzen Reihe der südeuropäischen Krisenstaben sind mittlerweile Modellprojekte nach dem Vorbild der deutschen dualen Ausbildung gestartet. Und die Gründe liegen auf der Hand. Es besteht eben ein Zusammenhang, gerade auch in dem Bereich der beruflichen Bildung, zwischen der Qualität und der Jugendarbeitslosigkeit. Denn es hat eben seinen Grund, dass die bei uns so niedrig ist wie nirgends sonst. Und wir hatten beispielsweise bei den arbeitssuchenden Jugendlichen in Bayern im März eine Quote von zwei Prozent. Und in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt sind die Zahlen ja auch äußerst erfreulich. Und das hat eben was mit Zukunftschancen zu tun. Man muss sich das mal vorstellen und es ist eben auch etwas, was ich weiß, Michael, wir haben das auch schon diskutiert, was das für eine Gesellschaft bedeutet, wenn 50 Prozent oder mehr der Jugendlichen im eigenen Land keine Zukunftschancen haben. Es ist eine gesellschaftliche Katastrophe. und deswegen müssen wir auf der einen Seite natürlich auch über diese Modellprojekte helfen, auch den jungen Menschen hier die Chance geben, eine Ausbildung zu machen, aber auf Dauer natürlich mitwirken, dass sie im eigenen Land eine Zukunftschancen haben. Das ist ja auch unsere besondere Verantwortung im Moment in Europa. Und aus Wirtschaftssicht bedeutet dieser Ansporn, weiter für gute Standortbedingungen zu sorgen, für eine liberale Bildungspolitik dreierlei. Erstens, bessere Bildungschancen beginnen am Start des Lebens. Dort werden die Bildungschancen vergeben. Und deswegen muss Bildungsfinanzierung auch am Start des Lebens beginnen. Es ist ja die Schieflage, die wir haben in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir einen hohen Anteil der privaten Finanzierung haben im Kindergarten, bei den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung und den geringsten privaten Anteil an der Spitze der Bildungsperanien. Das kann und darf auf Dauer nicht so bleiben. Und deswegen müssen wir da umsteuern. Wir müssen uns zweitens stärker als bisher auf Kernkompetenzen fokussieren. Bloßes Faktenpauken ist zu wenig. Und deswegen müssen wir ernst machen mit dem lebenslangen Lernen, dem Wissen veraltet in einer digitalen Welt, immer rasanter. Das können wir ja auch locker feststellen an uns selbst, wenn wir in vielen Kompetenzen von unseren Kindern schon längst überholt worden sind. Und drittens brauchen wir dringend weitere Verbesserungen bei der beruflichen Bildung. Für uns Liberale hat die eigenverantwortliche Bürgergesellschaft einen ganz besonderen Stellenwert. und bevor ich mich Verbesserungen im staatlichen Bereich zuwende, zunächst eine Frage an Sie, liebe Frau Dr. Schwetzer, vielleicht will sich die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit auch für besonders Begabte im Bereich der beruflichen Ausbildung engagieren. Ich bin sicher, ein Handwerksmeister, der als Handwerksmeister, der als Unternehmer seine Freiheit nutzt und große Verantwortung auch für seine Mitarbeiter trägt, würde von den erstklassigen und umfassenden Bildungsangeboten der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit profitieren. Es wäre eine wegweisende Innovation bei der Begabtenförderung. Und Sie merken schon, liebe Frau Dr. Schwetzer, meine verehrten Damen und Herren, mir als Wirtschaftsminister liegt dieses duale System sehr am Herzen, denn der demografische Wandel führt schon heute dazu, dass die bayerischen Betriebe ihren Bedarf an Fachkräften nicht mehr decken können und wir wissen auch hier den Zusammenhang, er liegt auf der Hand, ohne Fachkräfte kein Wachstum und kein Wohlstand. Der Befund ist eindeutig, als innovationsstarkes Industrieland brauchen wir mehr Bildung, angefangen bei der schulischen Bildung über die berufliche bis hin zur akademischen Bildung. Bildung ist ein Wesenskern liberaler Politik, gehört zu den anderen Wesens- und Markenkernen genauso dazu und ist die Grundlage für vieles. Aber wir wissen auch, es ist auch hier immer bei den schwierigen Ressourcenknappheit, bei den Finanzen, die Kunst ist möglich. Und deswegen will ich schon auch noch mal ein Wort sagen zu der Debatte, die wir hatten in den letzten Monaten, was die Thema Bildungsfinanzierung angeht. Ich war immer für Studienbeiträge und ich halte sie bis heute für richtig. Sie sind richtig, weil sie Ausdruck der Gerechtigkeit sind. Wer durch sein Studium hohe Einkommen erzielen kann, kann sich auch an den Kosten beteiligen. Und sie setzen auch wichtige Anreize, ein Studium ziel- und ergebnisorientiert anzugehen. Und sie nehmen eben auch Maß an dem Thema, wie wir Bildungsfinanzierung am Start oder an welcher Stelle im Bildungssystem hier einsetzen, wie ich ja vorhin auch schon angedeutet habe. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, das war eine Erfahrung, die auch wir hier in Bayern machen mussten. Das große der Teile der Bevölkerung Studienbeiträge ablehnen. Der Ausgang von Wahlen ist damit in Bundesländern zumindest mitbestimmt worden. Und bei uns war der Ausgang des Volksentscheids nach dem überragenden Ergebnis des Volksbegehrens auch abzusehen. Aber das ändert alles nichts daran, dass der Grundgedanke richtig ist, dass wir diesen Trend, wo wir Bildungsfinanzierung ansetzen, umkehren müssen. Und ich prophezeie, dass diese Debatte überall in allen Bundesländern auf Bundesebene sehr bald wieder kommen wird, weil natürlich die Ressourcen nicht überall vermehrbar sind und die Finanzierung auch nicht überall für alles sichergestellt werden kann. Aber ich bin stolz darauf, dass wir in dem Bildungsfinanzierungsgesetz deutschlandweit ziemlich einmalige Maßstäbe haben setzen können. Ich habe bereits den Meisterbonus erwähnt. Ich erwähne auch noch den Pflegebonus, mit dem wir Personen, die in diesem wichtigen Bereich eine Berufsschul, Fachschule oder Fachakademie besuchen, vom Schulgeld entlasten. Zusätzlich zu den Verbesserungen im Bereich der beruflichen Bildung schafft unser Bildungsfinanzierungsgesetz die Voraussetzungen für eine Qualitätsoffensive in der frühkindlichen Bildung. Da, wo wir nämlich das größte Defizit haben und wo uns auch alle internationalen Studien, so sehr man sie im Einzelfall auch kritisch sehen mag. Ich sage ja, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, alle Monate irgendwelche Kinder durchzutesten. Aber eins müssen wir ja sehen, wenn wir auch uns vergleichen mit denen, die noch besser abschneiden bei den Studien, dass genau da, in dem frühkindlichen Bereich, was das Personal angeht, was die Qualität angeht, eben mehr Geld in die Hand genommen wird, wie bei uns. Und deswegen haben wir hier eine Verstärkung der Sprachförderung erreicht, flexiblere Öffnungszeiten in den Betreuungseinrichtungen, einen verbesserten Betreuungsschlüssel im Bereich der unter Dreijährigen und einen weiteren Weg, Kindergartengebühren kostenfrei zu machen. Das dritte Jahr ist schon vollfinanziert und jetzt haben wir den Einstieg von 50% beim zweiten Kindergartenjahr und zusätzlich stellen wir 150 Millionen Euro für weitere bedeutsame Bildungsprojekte wie Sportstätten und Privatschulen zur Verfügung. Das sind ganz klare, spürbare Zeichen, dass wir es ernst meinen mit den dringenden Verbesserungen in unserer Finanzierung, unserer Bildungspyramide und bei unserer liberalen Bildungspolitik. Und wenn es um Bildung geht, muss auch über Geld gesprochen werden. Hier haben wir eine hervorragende Bilanz vorzuweisen. Alles das, was ich Ihnen vorgetragen habe, finanzieren wir auch im Gegensatz zu anderen Bundesländern, ohne dass ein Cent Schulden auf die Schultern der kommenden Generationen geladen wird. Wir haben nicht nur ausgeglichene Haushalte, sondern wir tilgen sogar 2,5 Milliarden Schulden in drei Haushaltsjahren. Und wir geben heute rund 3 Milliarden Euro mehr für Bildung aus als noch 2008. Mehr als ein Drittel des Bayerischen Staatshaushalts fließt in Bildung. Und ich bin davon überzeugt, damit setzen wir eine Positivspirale in Gang. Denn nur mit ausreichenden und effektiven Bildungsausgaben, nur mit langfristig nachhaltiger Investition in die Bildung, in die Qualität, und zwar so früh wie möglich, werden wir das erreichen, was hier steht, nämlich Wirtschaftsentwicklung und Wohlstand und aber auch gleichzeitig langfristig gesunde Staatsfinanzen. Und deshalb müssen wir den Mut und die politische Kraft haben, unsere Schwerpunkte in der Bildungsfinanzierung zu setzen. Ich kann nur noch sagen, als kleines Fußnote, wenn die Klage des Freistaats Bayern gegen die Ungerechtigkeit beim Länderfinanzausgleich erfolgreich sein wird, können wir noch viel mehr machen. Aber ich will schließen, indem ich sage, meine Damen und Herren, und dafür bin ich auch der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit dankbar, dass sie im Grunde dieses Credo lebt. Denn Bildung ist die wichtigste Investition, die unsere Gesellschaft und jeder Einzelne tätigen kann. Wie hat es John F. Kennedy so schön gesagt, es gibt nur eine Sache auf der Welt, die teurer ist als Bildung, keine Bildung. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, mein herzlicher Glückwunsch zu diesem Jubiläum und ich freue mich auf die nächsten 40 Jahre und viele, viele Freigeister und Freidenker hier, die gefördert werden von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020